Mit ausgestreckten Armen halten Sie einen Medizinball auf Brusthöhe. Ihr Oberkörper ist aufrecht, Ihr Rücken ist gerade. Nun gehen Sie nach vorne und führen abwechselnd Ihre Oberschenkel durch größtmögliche Rotation im Hüftgelenk von außen nach innen. Achten Sie bitte darauf, dass keine Ausweichbewegung im Oberkörper und im unteren Rückenbereich erfolgt. Führen Sie zwischen dem Wechsel des bewegungsausführenden Beines Zwischenschritt aus. Atmen Sie bitte gleichmäßig ein und aus. Als Variation können Sie die Übung auch im Rückwärtslaufen ausführen. Hier bietet sich eine Rotation des Oberschenkels im Hüftgelenk von innen nach außen an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020